Wie arbeite ich mit Federn? Wir sehen hier meinen kleinen Wasserstein. How I work on fountain pen nibs. Como trabajo con plumas que no me gusta. Okay, das ist meine Piedra. Ich hoffe, dass du hier sehen kannst. This stone hat zwei verschiedene Parten. You have one soft side and one side, which is a little bit harder. You keep this stone in water because it only works if it's soaking. But you don't necessarily need a thing like that. You can use a small Arkansas stone. This is a Japanese water stone. And what I'm going to do is one of my Pelikan fountain pens, which is a double B Pelikan. It's in. Das ist also ein breiter Pelikanfüller, der mir aber noch ein bisschen zu ungenau scheint. Den will ich also ein bisschen einschleifen. Okay. Vamos a ver. This, on this Pelikan pen, this, this nib was, as you can see, this nib was totally destroyed. I put it back in order and in this process I sharpened the nib.